Zu unsportlich? Trennte Peter Klein sich deshalb von Iris? Stand Iris Klein, 55, der Karriere ihres Ex-Partners im Weg? Die Influencerin machte vor einigen Monaten eine schmerzhafte Trennung durch. Ihr Ehemann Peter Klein, 56, verließ sie, die Schauspielerin Yvonne Wölke, 41, soll dabei eine nicht ganz unbeachtliche Rolle gespielt haben. Untertitelung des ZDF, 2020 Sie fragen nämlich immer wieder von einem mysteriösen Mr. T und schrieb den Buchstaben teilweise auch verheißungsvoll zu Selfies von sich.